hallo und herzlich willkommen zurück bei minecraft ja wir sind da immer noch dabei eine baumfarm anzulegen dass man wirklich etwas geordneter die ganzen bäume platzieren 1234 müsste passen eine fackel der baum kommt dann auch noch weg da ist wieder das höhen geräusch die ganze gegend hier ist alles komplett das komplettes höhlen system drunter das heißt da muss man eher aufpassen sollten wir mal irgendwie im dorf und täglich was bauen wollen wo man sich überall runter grab beziehungsweise ist eine schlucht ja nicht ganz so war okay dann hätte ich gesagt aus sicherheitsgründen zumindest den durchgang da ein bisschen ausleuchten nicht dass uns während der arbeit irgendwelche monster entgegen kommen das man braucht müssen wir nicht unbedingt haben plötzlich attackiert werden habe ich was mit dachte ich hätte da einen kripper vorgesehen aber der ist geflüchtet das ist eine fledermaus gut die tut uns nix haben wir ein bisschen ausgeleuchtet dann kann man wieder rausgehen in ruhe weiterarbeiten die erste fichte ist auch schon in die höhe gewachsen da sind wir doch einmal ein bisschen schaut dass doch genug platz für zum wachsen ist und darum dann schießen auch die bäume in die höhe da mache ich noch ein bisschen platz rundherum wegen der einzäunung da habe ich auch schon herum überlegt wie man das machen könnten und eine möglichkeit wäre ich immer gedacht eben was man verwenden können weil es ja neu ist quasi eben seit der 1.8 eben diese dass man selber die bemosten steine machen kann und auch entsprechende zäune dazu wie moste könnte man rundherum das ganze legen genau dann wege wollte ich ja auch dazwischen machen da gucke ich mich auch gleich darum das wegesystem da reicht eigentlich so quasi eigentlich nur mehr so ein pfad kann man später eventuell auch noch ändern es gibt ja auch die erde quasi die die nicht begründet wird die man nicht begrünen kann wird vielleicht auch gut ausschauen oder oder diese oder das potzoll zum beispiel hat auch eine schöne färbung als weg und so so kann man nicht nur jetzt zu verwenden um blitze zu züchten sondern auch so als weg schaut es ja auch ganz nett aus gut das wollte ich jetzt eigentlich genau die erde die frage ist wie weit immer jetzt vor aber es heißt der kann man da den weg machen jetzt zwei drei könnte man hier schauen wir mal ob das halbwegs nach was ausschaut eventuell kann man noch vielleicht eine irgendwie so eine kleine holzhütte noch vielleicht hinstellen wo man dann die setzlinge rein tut beziehungsweise halt die baumstämme oder so genau und da ich ja auch gesagt dann machen wir auch einen weg durch da sind wir eins zu tief dann können wir uns da auch so muss mal schauen wie weit wir dann wirklich gehen mit der baumfarm auf jeden fall hier noch eben den weg so durchziehen man kann ja dann später auch noch umlegen das ist jetzt nochmal eine vorläufige version immer müssen dann später noch einmal akazien zum beispiel irgendwann finden sollten dann wird dann wenn man ihn noch mehr platz brauchen aber derzeit mal für das holz was wir haben okay und da sieht man auch der hat zwei und genauso drei in die richtung das heißt sie brauchen eh auch entsprechend platz dann haben wir ja gesagt wir wollen das ganze umranden mit dem bemosten aber da habe ich noch keine ranken okay das geht noch nicht da müssen wir erst erst einen sumpf finden sumpfdschungel äh dschungel quasi brauchen wir damit wir überhaupt in der richtung was machen können das heißt für den anfang wird es auch ein normaler holzzaun tun deswegen können wir uns eigentlich hier auch eine werkbank aufstellen ich merke gerade ich fange auch schon an wie andere let's player überall meine werkbänke aufzustellen aber wie sagt opa zeren immer so schön ist ein zeichen der zivilisation wenn werkbänke rumstehen dann passt das ja so gut ich würde sagen holz entweder eiche oder birke das kann man am schnellsten quasi wieder quasi aufforsten weil man da weniger setzlinge braucht blumen brauchen wir mal nicht okay kiste könnte ich mir jetzt vielleicht doch eine machen oder auch zwei dann können wir da mal ein bisschen was reinlegen wir haben ja da doch einiges schon wieder gesammelt an eichenholz fichte haben wir schwarz eiche fichte eiche haben wir dann birkenholz um da bisserl ordnung rein zu kriegen setzlinge können wir lassen die eier die kann man eigentlich wegwerfen machen wir eiweitschießen richtern da hinten sind eh die anderen hühner zeitmäßig klicken wir eigentlich ganz gut dann machen wir uns noch ein paar ein paar stickies und dann einmal zweimal dreimal viermal fünfmal sechsmal ah es wurde ja genau moment kurzes kommando zurück erstens ist schlafenszeit und das andere ist wir müssten uns überlegen in welcher farbe wollen wir das machen wir haben jetzt die möglichkeit uns auszusuchen in welcher farbe wir den zaun machen und von da von dem her gesehen könnte man vielleicht doch wollen wir was dunkles oder eher was helles wobei die birke von der zauntextur her ist dann vielleicht doch schwarz eiche sicher angenehm aber das funktioniert da jetzt ein bisschen anders das heißt ich habe ein endeffekt gleich viel zu viele stickies gemacht genau wir brauchen eigentlich mehr mehr bretter als dickes jetzt 30 was ich auch noch nicht getestet habe das kann man dann auch gleich schauen ob man auf dem fall werden wir uns dann noch ein paar bretter machen wo man auch die zäune quasi kombinieren kann also gut dass ich einen normalen eichen zwar nur ich da direkt zum beispiel jetzt die möglichkeit hätte schwarz eiche dran zu setzen naja und naja und Zaun, Tore gut, na gut, das kann man nachher dann überlegen ja also da da haben wir den Weg genau da geht es ja noch nach hinten eins, zwei das heißt hier würde der Zaun dann hinkommen das heißt wir könnten dann eigentlich auch die Halterungen für die Bäume quasi zum Abstützen der Setzlinge eigentlich dann auch gleich den entsprechenden Farben machen eh du kommst weg, du bist da im Weg nicht dass uns ein Monster vom Baum runter springt ich weiß nicht ob ihr es hören könnt aber ein Kater wer arbeitet im Hintergrund grad die Couch der hat eh schon ein Riesenloch so was wollte ich jetzt eigentlich, genau da ist der Weg na genau, wenn ich den da setze kann der connecten ah cool man kann die Zäune sogar direkt connecten das ist ja eigentlich spitzenmäßig dann hat es quasi die Hälfte der Textur vom vom einen Holz und die andere Hälfte der Textur ist dann vom anderen Holz ja ich habe mich zwar schon beschäftigt mit der Version aber man lernt nie aus und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie zu viel da allein herumprobieren und dachte mir das eine oder andere teste ich mit euch zusammen aus so weil da kann man eigentlich dann eh genau kann ich dann normalen Zaun weil da kann eh naja wobei da könnte einer darüber das kommt weg da kann man dann wieder die Fackel hin tun ah das wollte man dass das wirklich so gelöst haben dass die schön aneinander connecten so dann gehen wir da gehen wir auf jeden Fall noch ein Stück nach hinten ich würde schon vom Platz her vielleicht schon noch ein dass wir noch ein zwei Schwarzeichen und ein zwei Fichtenbäume unterbringen in dem Ganzen so ich sehe gerade es ist wieder Zeit für eine Aufnahmepause ich werde es so machen ich werde da jetzt noch ein bisschen weiter bauen aber wäre das quasi außerhalb der Aufnahme da mal alles ein bisschen aufschütten also braucht es jetzt nicht unbedingt mir die ganze Zeit nur zuschauen wie ich da Erde aufschütte und Zäune platziere ja und dann sehen wir uns bis in der nächsten Folge von Minecraft Tschüss im 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 im